Willkommen in meinem Hila-Kanal. Heute teile ich mein Video namens, wie Sie zu Hause Zugang zu machen, wie man im Moment kochen. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video am Ende meines Videos zu sehen. Ich habe 15 Eier in dem Rezept verwendet, das ich hatte. Ich hole meine Eier in einem geeigneten Behälter. Ich bin dann verdorben, bis alle Eier miteinander extrahiert werden. Dieser Prozess ist sehr wichtig für die Bequemlichkeit, wenn Sie müde sind. Übrigens, wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meinen Videos am Ende folgen. Bitte vergessen Sie nicht, den Rington für schöne Rezepte voneinander zu verlassen. Ich füge eine Tasse Milch an, nachdem ich die Eier genug zerschlagen habe. Sie können auch Wasser hinzufügen, wenn Sie wollen. Nachdem ich die Milch hinzugefügt habe, bin ich immer noch fit. Dann habe ich 14 Tassen benutzt. Ich werde das Mehl nach und nach kneten, indem ich eine Konsistenz und Hartstoff hinzufügt. Ich verwende 2,5 Esslöffel Salz. Salz muss unbedingt viel kochen sein, um nicht verteilt zu werden. Ich füge Unum hinzu und starte Kneten. Es ist wirklich schwierig, die Eier und Milch zu vermissen. Lassen Sie uns kneten, bis Sie die OK verpassen. Wenn Sie eine Erfahrung zu diesem Thema haben, bin ich sehr froh, wenn Sie mit mir im Kommentarbereich teilen. Wieder, Sie sind sehr glücklich, wenn Sie verlassen jede Blume. Fehler oder Emojis es in Kommentare von Freunden, die hier kommen. Ich werde mit einer anderen Methode tun als je zuvor. E. Machen den Backvorgang nach dem Schneiden des Joghoots. Lasatine fügt Geschmack hinzu. Wie Sie sehen können, bringen wir es zu einer Konsistenz, die nicht sofort an unsere Hände festhalten wird. Dann lasst uns unsere beiden Hände in eine schöne Weise schlagen, indem wir eins mit einbeziehen. Eines der wichtigsten Tricks. Es ist notwendig, Pastateig sehr gut zu kneten. Der Prozess der Düngung ist in diesem Teig wirklich wichtig. Lassen Sie uns so weiter kneten, um eine schöne Konsistenz zu erhalten. Wie Sie sehen und ich habe genug Teig. Ich habe den Knetvorgang abgeschlossen. Ewe gotten und kaufte es auf meinem Tisch. Und ich werde so schlagen, wie du siehst. Es ist notwendig, einen ziemlich harten Teig aus der Wahrheit zu haben. Wir kneten unseren Teig weiter, bis er schön ist. Der Knetvorgang in allen Teig ist sehr wichtig. Sie müssen wirklich schöner als 2 mal 3 mal im Teig des Ofens kneten. Ich bin jetzt müde genug. Und ich werde den Trennvorgang beginnen. Unser Teig war wirklich nett. Ich werde meinen Teig in Stücke von Orangengröße trennen. Ich will dir die innere Textur des Teigs zeigen. Es war wirklich schön. Ich am gonna adjust my crates to the size of my barn. Wenn Sie im Blatt kochen, werden Sie die Größe des Blattes oder in der Pfanne wie ich kochen. Es wird genug sein, um die Größe der Blume zu erhalten. Ich trenne die Wellen mit einer kleinen Orangengröße. Ich mache es glatt durch Innenrollen. Wie Sie sehen können, lassen Sie uns alle Ihre Blicke vollenden. Der Teig wird noch schöner sein, wenn wir ihn auf diese Weise kurieren lassen, während Bezei. Dies ist ein Nevi-Knet-Verfahren. Wir werden die gleiche Weise vorbereiten. Ich kaufte 9 Stücke von Bezei aus dem Teigi vorbereitet. Wenn Sie an kleineren Teilen teilnehmen, erhalten Sie mehr Mengen an Lünetten. Wenn Sie in größere Teile unterteilt sind, haben Sie eine geringere Menge Ihrer Blicke. Wir kümmern uns darum, die Größe unserer Pfanne zu öffnen. Ihr haben jetzt meine alle Blicke vorbereitet. Ich gehe beiseite. Nachdem wir es an den Rand gelegt haben, schalten wir es mit einem Tuch an. Nicht installiert werden. Fangen wir sofort an, unseren Teig nach dem Schließen der oben genannten von Bezes zu öffnen. Ich beginne sofort zu öffnen, indem ich ein wenig Gold und Höhe ausbreite. Fürstli, lassen Sie uns mit unseren Händen aufrichten. Weil der Teig ein wenig hart ist, können Sie ein wenig gezwungen zu öffnen. I verwenden die Walze beim Öffnen. Sie können diesen Prozess auch mit Hilfe von Oxlava tun, wenn Sie in Ihrem Fall sind. Merdane wird Ihr Geschäft leichter machen. Ich öffne meinen Teig, wie ich sehe, indem ich das Merdane nach vorne drückt. Obwohl der Teig hart ist, ist die Öffnung wirklich sehr schön. Es ist notwendig, zu dieser Zeit eine schöne Knete unseres Teigs zu haben. Der Teig wird auch so schön sein, auch wenn der feine Knetvorgang. Die Dicke von 1,52 Spindeln im Auge wird für uns ausreichend sein. Ich bin eine Kontrolle. Ich werde mich vom Anruf öffnen. Lassen Sie uns unseren Teig weiter öffnen, bis wir zu der Konsistenz kommen, in der wir sind. Diese Dicke und Größe reicht für mich aus. Ich öffne die Größe der Decke. Sie können die Größe Ihrer Pfanne oder Platte öffnen. Wie Sie sehen, wird diese Feinheit für uns ausreichen. Ich will Euch fast eine in einer Serie zeigen. Dieser Weg. Ich teile alle Tricks aus meiner Hand mit Dir. Wenn Sie Fragen in Ihrem Geist schreiben, werde ich so schnell wie möglich zurückgegeben. Ich werde nachher mit Hilfe einer Lava fortfahren. Ich wollte Ihnen zeigen, wie Sie sehen. Wenn Sie auf diese Weise gefüllt haben, wird Oglafire schneller öffnen. Ich öffnete die zweite sofort. Ich möchte alle Ihre Artikel anzeigen. Ich öffne sofort meinen Teig gleichmäßig. Wie Sie sehen, war alles sehr schön. Lassen Sie uns es wieder abdecken, um nicht sofort zu trocknen. Ich bekomme einen und lege meine Pfanne in den Oktob. Ich habe meine Pfanne mit gewaschen. Halten wir es in unseren Pfannen, von viel kochen bis gold. Es dauert zwei Minuten bis zur vollen Konsistenz einer Drüse zu kommen. Bei zusammendrehen, lassen Sie uns die Wärme an jeder Stelle eintauchen. Und überprüfen wir das Gold. Es ist ein großes Rezept, das wir für den Winter konsumieren. Können, wenn wir wie ein schwieriges Rezept aussehen. Ich empfehle Ihnen zu versuchen. Keine spülenden Visores waren in keiner Weise wie Sie sehen. Es gibt ein Rohbild mit OK. Aber Sie werden verstehen, dass sich die Farbe eng ändert. Let's Rückkehr in eine Weise ohne Inhaftierung. Ich will dich sofort unten zeigen. Es ist im unteren Teil, wie Sie sehen. Ich komme sofort vom Herd, nachdem ich bis Jeteri war. I wird eine weitere Serie kochen. Wie Sie sehen können, öffnete ich meine Blicke in der Größe meiner Pfanne. Sie werden bequemer sein, wenn Sie es. Entsprechend der Rauchigkeit öffnen Sie kochen. Jeder Ort wird gleichmäßig kochen. Ich werde über die ganze Hitze gestreut werden, indem ich die Ara reihe. Und ich drehe um. Wie Sie sehen können, drehe ich auf dieser Seite, ohne es zu verursachen. Now I kehrte zurück. I kehrte auf diese Weise zu mir zurück. Jetzt kehrte ich zurück. Diese Größe reicht für uns. Ich beginne das Schneiden nach dem Trennen von Herbsinie Stücken. Ich trenne die Kanten von der Kante. I die neuesten Kanten. Beginnen wir von Maiklinge. Wie Sie sehen können, wird diese Feinheit für uns ausreichend sein. Wie viel Feinschnitte sind so lecker? Lassen Sie uns unsere Pasta in einer Serie schneiden. Es ist ein wirklich cooles Rezept, das Sie in Minuten tun können, wie Sie sehen. Dieser Feinschnitt ist fertig. Diese Dicke reicht für uns aus. Ich hole meine Pasta in einem geeigneten Tablett, dass ich einfach gehackt bin. Es ist schöner, wenn wir den Ofenboden nehmen, um später zu backen. Ich möchte, dass sie dich genauer zeigen. Wie Sie sehen, schneide ich diese Dicke. Es ist ziemlich komfortabel. Zwei oder drei Stück einer Reihe können bequemer geschnitten werden. Unsere Klinge ist absolut scharf. Ich bringe sie auf die andere auf die gleiche Weise. Ich schneide die ganze Zeit. Ich will dich schließen. Ich gegossen auf einem Tisch mit einem Tisch. Sie waren wirklich nett. Fangen wir sofort an zu backen. Nach der Einnahme der Schalen, lassen Sie uns warten, bis der zuvor beheizte 200 Grad Ofen rosa ist. Ist einer der wichtigsten Tricks. Wir machen jedes Jahr. Ich addiert Geschmack zum eigentlichen Geschmack. Ich bin jetzt friert, bis meine Pasta genug ist. Ich will dich schließen. Diese Pinkness wird für uns genug sein, wie Sie sehen. Wir können nach dem Praying leicht rosa sehen. Ich möchte Ihnen nahe an meinem anderen Tablett zeigen. Es wird nichts weiter mit der Verfahrensweise getrocknet. Mut lecker und wir machen den Sprinkler für einen oder zwei Tage. Ich bin wütender, wie Sie es gehört haben. Ich empfehle Ihnen, so zu tun, weil es schmackhafter ist. Wenn Sie dies nicht tun, lassen Sie uns auf jeden. Falls die Pasta bestreuen und füttern bis trocken. Eins der wichtigsten Tricks. Falls nötig. Sie können Störungen haben. Ich will sofort kochen. I.M. bekommen eine Platte Pasta im kochenden Wasser. Kein Bedarf an. Wir können es mit Augenentscheidung festlegen. I.M. wird durch Mischen auf diese Weise kochen. Unsere Pasta wird Ende 15 Minuten gekocht. Es kann von 15 oder 20 Minuten variieren. Ich habe meine Pasta gekocht. Ich will in der Nähe zu deinen Augen zeigen. Nach der Reinigung, lass uns Pasta abtropfen. Ich habe meine Pasta abgelassen und eine passende Pfanne zum Oktob gekauft. Ich füge 1 Esslöffel Butter in Hemen hinzu. Ich habe meine Butter ein bisschen mehr hinzugefügt. I wieder halb gekauft. Wir werden dann die Butter dem Mädchen nach dem Schmelzen mit der ganzen Butter zuführen. Fügen wir unsere Pasta in dem Moment hinzu, in dem wir sofort darauf gekocht haben, nachdem wir wütend genug waren. Nach dem Hinzufügen der Maschine, fügen wir es zu unserer Pasta in dem Moment hinzu, dass wir darauf gekocht haben. Ich werde viel Salz hinzufügen. Sie können Salz nach Geschmack des Geschmacks anpassen. I dann Pasta und Butter mischen, um schön extrahiert zu werden. Ein unglaublich leckeres Rezept. A Rezept, das Sie ohne Zusätze im Inneren vorbereiten können. Ich empfehle Ihnen auch, es zu versuchen. Ich denke wirklich, es ist sehr lecker und gesund. Ihr röst jetzt meinen Zugang. Ich will sofort die Serviceplatte nehmen und dich schließen. I erhalten meine heiße, heiße Serviceplatte. Ich empfehle Ihnen, es zu konsumieren, ohne auf absolute Kühlung zu warten. Vielen Dank für Sie bis Buraya. Sie erhalten eine Chance für jeden, der Ihnen sagen wird. Willkommen in meinem nächsten Video zu diskutieren. Altjahr CMK Altjahr CMK